Willkommen bei Projekt 365, heute ist mein Tag 228 und mehr heisst es auch mit dem Reiss zu tun. Reiss, wir haben noch ein Kartenspiel und ich gehe so durch die Karte und ich möchte, dass du IPMO Stop sagst. Stopp! Nimmst du die Karte? Ich darf sie auch sehen, spielt nicht zu einer Uhr. Wir brauchen zwei Karten, kannst du noch mal IPMO Stop sagen? Nein, Stopp! Nimmst du die an? Perfekt. Was haben wir für Karten? König, Herz und Dame. König, Herz und Kreuz, Dame. Kannst du es noch in der Kamera zeigen? Kannst du dir auch anschauen, es sind normale... Es sind echte Karten, man glaubt es nicht, es sind echte Karten! Nein! Ja, ach so. Du kannst jetzt den Haar. Okay. Und wir machen es so. Wir machen es so, wir machen es so. Wir machen es so. Jetzt müssen wir kurz aufpassen. Wir machen es so. Wir haben den Herzkönig und die Kreuzdame, die du untersucht hast. Wir machen es so. Wir machen es so. Wir machen es so. Bereit? Ich zeige es noch mal etwas näher. Kreuzdame und Herzkönig. Du hast es so drei. Die Kreuzdame ist vorne. Wenn ich es so mache, sehen wir das? Ja. Dann ist plötzlich eine Karte vor der anderen. Und jetzt ist plötzlich der Herzkönig vorne und die Kreuzdame hinten. Hey, der Fleurl ist magic! Hammer, Hammer! Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Fleurl, ich bin sprachlos. Ich brauche den Film.